Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 3. Kurze Info, mir ist ein kleines Malheur passiert und zwar ist mir das Spiel abgestürzt. Ja, das Spiel ist abgeschmiert. Und das Beste daran ist, ich musste... Ja, ich musste dann vom letzten Safepoint, wo man da aus dem Lager rausgegangen ist, also den Bauernhof musste ich nochmal säubern. Ja, und da ist halt... Habe ich den Typen wieder geholt, also den Kopper. Habe den mit zum Bauernhof genommen. Ja, und diesmal hat es kein glückliches Ende gehabt, dass er überlebt hat, sondern er ist leider gestorben. Naja. Ja, ich habe das dann im Schnellgrund nochmal gemacht. Und hier liegt er leider, der Kopper. Naja. Sowas kann natürlich passieren. Die habe ich vergessen mitzunehmen. Müsste ich aber jetzt trotzdem wieder fünf haben, oder? Äh, Waffenbündel. Äh, fünf Stück. Drei Wolfstelle habe ich auch schon gesammelt. Ja. Ich sage mal so, was will man machen, ja? Sowas passiert halt. Und wo der dann gestorben ist, äh, habe ich mir so gedacht, oh nee, jetzt fängst du nicht nochmal, äh, jetzt machst du es nicht nochmal, äh, sodass er überlebt. Äh, und dann habe ich jetzt einfach weitergespielt. Habe ich jetzt hier vor der Stadt nochmal gespeichert. Beziehungsweise vor Cap Dune, äh, nochmal gespeichert. Ansonsten habe ich jetzt was mit nichts weitergemacht, äh, Billia habe ich jetzt mal weggelassen. Moin! Tja, was willst du, Mora? Was ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Stadt? Cap Dune ist ein verfluchtes Draxnest. Ich wäre lieber bei meinen Brüdern vor Vanguard, der Hauptstadt eures Marionettenkönigs, als hier Wache zu stehen. Brauchst du irgendwas? Allerdings. Ruhe in dieser Stadt. Mach uns also keinen Ärger. Geh nicht an Sachen, die dir nicht gehören und prügel dich nur mit unserer Erlaubnis. Ich hoffe, du verstehst mich, Mora. Klar. Was ist los? Noch nur jemanden Schweinescheißeschippen sehen, oder was? Und lass das dämliche grinsen, klar? Warum machst du nicht etwas anderes als Scheißeschippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche grinsen lassen. Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt, vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Javier schickt mich. In Redog warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redog überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach drei Bündel Waffen. Ich hab hier drei Waffenbündel für dich. Ah, gut. Das ist gut. Danke. Hier. Ich werde sie dir bezahlen. Wann steigt die Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Kapdun anzugreifen. Warte mal. Was willst du? Du nimmst dir, was dir gefällt. Genau wie ein Dieb. Und das gefällt mir. Hast du Interesse an einem Job? Was ist das für ein Job? Im Lager von Urkras sind ein paar goldene Pokale. Damit wollen sie neue Sklaven bezahlen. Wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden, bringe ich dir bei, wie du Schlösser knacken kannst. Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Wir Diebe sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Handwerk besser beherrschen als wir selbst. Kann doch sein, dass ich noch was von dir lernen kann. Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Ich denke mal, der Dieb wird auch auf unserer Seite sein. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Was würdest du lieber machen, als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Ach, Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Ich hab hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. Ich hab hier eine Flasche Schnaps und ich hab hier eine Flasche Schnaps und ich hab hier eine Flasche Schnaps. Okay. Okay, die Sache hätte ich damit auch geregelt. Okay. 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 Punkte fehlen mir da. Dazu bist du noch nicht bereit. 14 Punkte. Oh Gott. So. Drei Waffenbündel haben die dort oben. Wie viel Wolfsfäller haben wir schon? Die Mission habe ich ja auch wieder. 9. Oh, da ist er. Nummer 10. Zack. Ja, die Frage ist... Was braucht der hier zusammen? Ah, rührt im leeren Topf. Auch gut. Hauptsache Feuer ist drunter. So. Oh. Du bist neu hier, oder? Bist du gekommen, um für die Orks zu arbeiten? Hast du ihr das Sagen? Ja, aber auch nur bei den Söldnern. Die Orks sind die Herren der Stadt. Aber als Söldner der Orks lässt es sich eigentlich recht gut an ihrer Seite leben. Was ist mit dir? Einen starken Kerl wie dich kann ich brauchen. Was wäre, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte? Gut, pass auf. Dein Ansehen bei den Orks ist deine härteste Währung. In jeder Stadt des Reiches sitzt ein Ork ganz an der Spitze. Hier in Kap Dunen ist es Urug. Wenn du die Orks dazu bringst, dass sie dich mit dem Ork reden lassen, dann hast du es geschafft. Wie steigere ich mein Ansehen bei den Orks? Mach dich nützlich. Zeige den Orks, dass du es drauf hast. Obwohl du nur ein Mensch bist. Ganz einfach. Irgendwann wirst du von ganz allein zu Urug vorgelassen. Ich werde deine Taten beobachten. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. So, da wollen wir erst mal kurz mit Wenzel da oben reden. Ja, warum nicht? Oh, scheiße. Eins, zwei, drei Paladiner. Vier Paladiner. Ist auch einer, oder? Ja. 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 Die Frage ist, ähm... Huch. Na, Haiepflanzen habe ich, äh... Soweit ich sehen kann, erst mal genug. Mir fehlt halt nur Wasser. Äh... Ja. Was hält er hier? die Schale, oder was? Achso. Was kann ich in der Arena gewinnen? Der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Verlierer bekommen gar nichts. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Zu Anfang werde ich dir einen leichten Gegner schicken. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, sehen wir weiter. Was muss ich jetzt tun? Geh in die Arena und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren. Dann zeig mal, was du drauf hast. Leute, es gibt einen Kampf. Nicht nahe lassen. Was ist mein Herz? Geh in die Arena! Das ist Glück. So. Du kannst kämpfen. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. Komm, mach dich raus aus der Arena. So, nächster Kampf. Ich habe gewonnen. Ja, du hast gut gekämpft. Es gibt keinen mehr, der gegen dich antrennen will. Du bist der Champion. Bekomme ich einen Preis? Ja, dieses Schwert. Trage es mit Stolz. Es ist eine gute Klinge. Ja, da fehlt uns aber trotzdem noch ein bisschen was. So, dann werden wir erstmal... Hör bloß auf mit der Scheiße. Ja, das Problem ist, ich brauche einfach ein paar Wasserflaschen. Am besten, du hältst dich da raus. Hey du! Komm her! Meine Waren sind immer noch nicht gekommen. Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe. Du kreuzt vorher nochmal hier auf. Am besten, du hältst dich da raus. Auf welche Waren wartest du? Drei große Pakete, wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Ihr dämlichen Söldner habt euch den Kram von lausigen Banditen an der Küste stehlen lassen. Meine Waren sind bestimmt immer noch dort. Geh und hol sie. Ist das dein Ernst? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Was machst du hier? Ich bin der Alchemist der Stadt und sehr beschäftigt. Kannst du mir Alchemie beibringen? Tu etwas für mich. Dann werde ich sehen, was ich für dich tun kann. Verkauf mir deine Tränke. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich jedem Dahergelaufenen meine Ware verkaufe? Dafür wirst du schon etwas tun müssen, Meister der Dreistigkeit. Was willst du? Ich brauche einen Sack voll Zutaten für meine Arbeit. Besorge mir ein Dutzend Heilpflanzen und wir kommen vielleicht ins Geschäft. Ich habe die Heilpflanzen, die du wolltest. Und die kann ich auch gut gebrauchen. So, dann haben wir das auch geregelt. Mahlzeit. Hey du, du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünchen nebenbei gut gebrauchen. Wer bist du? Ein Diener Belyars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jede andere auch. Erst kürzlich habe ich den Orks sogar einen echten Paladin verkauft. Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nicht wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkrass. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wäre es mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Ich fange Harek wieder ein. Wo ist er? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon geholt. Wahrscheinlich ist er noch in der Gegend. Vielleicht hat ihn vor der Stadt jemand gesehen. Das Leben als Sklavenjäger scheint sich zu lohnen. Hilf mir, dann erzähle ich dir vielleicht mehr darüber. Mach hier keinen Ärger, klar? Also hier vorhin beim Fäller einsammeln, hatte ich den da oben stehen sehen. Das würde er bestimmt sein, der Harek. Was? Wie? Was willst du? Geh weg! Was treppst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also. Hast du was Feines da? Klar. Ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Klar. Hier, nimm. Super. Danke Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich habe es aus Kap Dunn rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Ich bringe dich jetzt wieder zu deinem Besitzer, Gamal. Ach, scheiße, ey, Mann. Bleib ganz ruhig. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass uns reden. Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Also, willst du die paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir hier wegzukommen? Wo willst du denn hin? Bring mich nur am Dorf vorbei. Zum Jäger Jens. Ich werde mich bei ihm eine Weile verstecken und kann mal wieder was Anständiges essen. Eine Hand wäscht die andere. Ich mag ein Hasenfuß sein, aber ich bin recht wendig und agil. Wenn du mir hilfst, kann ich dir vielleicht etwas von meinen Fähigkeiten zeigen. Keine Widerrede. Du wirst mir jetzt folgen. Na schön. Wenn du dich nicht erweichen lässt, werde ich tun, was du sagst. Ich bring dich weg. Gut. Naja, der kämpft dann ja mit. Also... Ah, mein Sklave. Sehr gut. Wer weiß, was er sonst noch für Ärger gemacht hätte. Hier, diesen Sack Gold hast du dir verdient. Und wir beide unterhalten uns später. Freundchen. Erzähl mir mehr über euch Sklavenjäger. Um als Mensch bei den Orks im Ansehen zu steigen, gibt es verschiedene... Du kannst um Ruhm und Ehre in der Arena kämpfen, aber ihnen auf andere Weise dienen. Wir Assassinen der Wüste besorgen ihnen frische Arbeitskräfte für die üblichen Arbeiten und ihre Ausgrabungen. Wonach graben die Orks? Ihre Ausgrabungsstätten sind überall im Land zu finden. Wonach sie genau suchen, fragst du sie am besten selbst. Ihr Assassinen seid also nichts anderes als Söldner der Orks. Am besten du besuchst unsere Städte in der Wüste selbst einmal, mein Freund. Dann wird dir schnell klar, welche Rolle das Volk der Assassinen in dieser Welt wirklich spielt. Zeig mir deine Ware. Naja gut, äh... Hat nichts mit dabei. Was willst du denn noch? Verschwinde einfach. Komm, ich befreie dann gleich die Stadt, Mann. Du hast aussegern noch was zu erledigen. Ja, habe ich. Ich bringe Jens nochmal schnell Fellow und dann... Geht's auch schon weiter. Hier, das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität. Dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Bring mir was über die Jagd bei. Reptilien heute abziehen. Viecher und das Fell. Dazu bist du noch nicht bereit. Ah, echt jetzt so. Aha. Nur weiter so. Weiter so. Dazu bist du noch nicht bereit. Acht Punkte. Nur weiter so. Gut. Dazu bist du noch nicht bereit. Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? Das ist schon was. Die Pärschschleich. Kommst. Wie kann ich den Viechern das Fell schneiden? Wichtig. Wenn du... Zeig mir, wie ich den best... Du musst vor allem... Ram dein Messer tief, wenn du tief... Das würde ich jetzt eigentlich nicht noch lernen, aber... Zeig mir deine Ware. Ja. Nur auf viele Fälle schlagen. Ja gut, jetzt wo wir Fälle... Äh... Erhenden können. Dann bringt das auch was... Mit diesen... Äh... Viechern. Oh, da haben wir nämlich schon wieder vier Fälle zusammen. Oh, da ist es... Oh, oh. Ah, wo haben wir die sieben? Alter, das konnte jetzt nicht wahr sein. Ich füge gerade mein Leben auf und dann kann ich mich so ins Gewinn schauen. Alles klar, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.